Hallo Freunde auf meinem Kanal Heute habe ich ein Video mit dem Playmobil Rettungswagen mit der Seriennummer 6685 und das ist der Rettungswagen gehört auch zur Kinderklinik hier ist eine Rettungssanitäterin mit der Liste von den Patienten das ist so eine Art Klemmbrett ich nenne das auch Klemmbrett hier ist die Trage da können die Patienten liegen das kann man auch abmachen die kann man auch hinstellen die kann man bewegen kann man auch wieder reinklipsen das haben wir schon besprochen dann haben wir hier den Rettungssanitäter der Rettungssanitäter ist auch ein Sanitäter so der Mann hat Sommersprossen da kennt ihr es hier im Arztkoffer da möchte der gar nicht aufgehen aber auf jeden Fall im Arztkoffer sind Medikamente und das kann man auch wieder schließen so jetzt kommen wir zum Krankenwagen das ist ein Herzstück das ist das blaulicht hier ist eine Empfangsathene wenn die Radio hören möchten unterwegs das da ist abnehmbar hier hinten ist eine Batterie ihr würdet euch bestimmt denken für was der Knopf hier ist da kann man umschalten hört sich die Sirene wie bei den Amerikanern an und wir sind deutsch dann kann man das auf deutsch oder amerikanisch schalten wie ihr halt möchtet das ist das Dach hier kommen wir zum Inneren das sieht das so aus hier ist Sauerstoffflasche die führt hier rein Tropfer hier mit angeschleppem Sauerstoff kann man den Patienten anlegen hier kommen die Trage rein hier sind noch Verbände für Kopf Bein und Arm und hier kann man den Verbandskoffer reintun hier ist er hier sind Feuerlöscher falls man brennen sollte hier ist noch mal die Seriennummer 6685 so das können wir mal wieder draufstellen so und dann haben wir da das Führerhaus ist auch abnehmbar mit zwei Spiegel hier das Fahrerhaus mit Lenkrad ist beweglich ne eine Kupplung da kann man in seinen Täter reinsetzen ist ein Täter in das Klemmereit kann man so bewegt so ich hoffe euch hat das Video gefallen mit dem Playmobil Rettungswagen ich hoffe ihr könntet ihn auch kaufen also ich habe ihn bei Täter Russ gekauft und wenn euch das Video gefallen hat wie immer Daumen nach oben abonniert meinen Kanal da würde ich mich sehr freuen und gib mir vielleicht einen Kommentar okay bis zum nächsten Video dann Tschüss selt mis das ist Vielen Dank.